Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. DAX Erholung zur Wochenmitte. Wie weit geht es? Marktbericht, wie eine Erholung des DAX auf uns zukommt. Im Bereich der Finanzen ist die aktuelle Stärke des deutschen Aktienindex DAX ein gefragtes Thema. Nach einem beeindruckenden Lauf seit März 2020 fragen sich nun viele Anleger, wie weit die Erholung wirklich gehen kann. Zunächst sollte erwähnt werden, dass der DAX seit März letzten Jahres erhebliche Gewinne verzeichnet hat. Trotz der globalen finanziellen Belastungen durch die Covid-19-Pandemie hat er es geschafft, sich zu erholen und neue Höchststände zu erreichen. Der derzeitige Aufwärtstrend wurde durch positive Konjunkturaussichten und ein allgemeines Gefühl der Marktzuversicht gestützt. Was treibt die Erholung an? Es gibt verschiedene Faktoren, die zur aktuellen Erholung beitragen. Einer davon ist die fortschreitende Erholung des globalen Wirtschaftssystems nach der Schockwelle, die durch das Auftreten von Covid-19 erzeugt wurde. Dies hat zu wachsendem Optimismus unter Investoren geführt, die nun die langfristigen Auswirkungen der Pandemie bewerten und berücksichtigen. Ausblick Nach Einschätzung einiger Experten könnte der DAX seine bisherige Glücksträhne fortsetzen, vorausgesetzt, dass die globalen Wirtschaftsbedingungen weiter verbessert werden und sich der Fortschritt der Impfkampagnen fortsetzt. Sie argumentieren, dass die Wiederöffnung der Wirtschaften in Kombination mit den weiteren Fortschritten bei den Impfungen das erforderliche Umfeld für weitere Gewinne liefern könnte. Fazit Insbesondere die Frage, wie weit die DAX-Erholung gehen kann, hat keine eindeutige Antwort. Es hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich globaler Wirtschaftsbedingungen, dem Fortschritt der Impfkampagnen und der Reaktion der Märkte auf zukünftige wirtschaftliche Daten. Trotz der Herausforderung, die genaue Richtung vorherzusagen, ist es unbestreitbar, dass der DAX eine beeindruckende Erholung gezeigt hat und weiterhin die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich zieht. Dieser Bericht basiert auf Informationen von Reuters, Stand 20. März 2024 und Bloomberg, Stand 19. März 2024. Dieser Artikel wurde geschrieben von der Gild Anita Farke am Mittwoch, den 10. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.